Zahnsanierung nach 15 Jahren. Ich habe heute eine Kontrolluntersuchung gehabt einer Patientin, die sich vor 15 Jahren, da war ich noch ganz junger Arzt und war bei einem Kollegen im 22. Bezirk eingemietet und wir haben damals schon dieses Aufklärungsprinzip gehabt, das heißt zuerst zu erklären, wieso haben wir die Füllungen immer nach einem gewissen Muster. Wir haben damals schon gewisse Abläufe gehabt bezüglich der Endodontie, bezüglich der Implantologie, bezüglich dem Ablauf der Sanierung, das heißt wir haben da ganz strikt uns ans Lehrbuch gehalten. Zuerst nicht erhaltungswürdige Zähne entfernen, K-RS-Sanierung, Endodontie vor Parodontologie, dann Parodontologie und Prothetik bis hin dann zur Implantologie, Oralenchirurgie. Und dieses Konzept, das haben wir natürlich über die Jahre, Jahrzehnte immer verfeinert, immer verfeinert, aber dennoch gibt es immer wieder Menschen, die dann sagen, du, aber ja, habe ich dann das Zahnleid wirklich beendet? Und ich möchte hier, bevor ich jetzt diese Röntgenbilder herzeige, das Vorher und Nachher, heute haben wir ein frisches Kontroll-Röntgenbild geschossen und da zeige ich Ihnen das heutige Bild und die Ausgangssituation vor 15 Jahren. Und da möchte ich aber noch ein paar Gedanken zu dieser Thematik sagen. Ja, man kann das Zahnleid beenden, wenn Sie das wollen. Und natürlich, wenn Sie sich einen Zahnarzt suchen, der das mit Liebe macht, der das gewissenhaft macht, der die Erkenntnisse der Medizin, die wir in den letzten paar Jahrhunderten bekommen haben, auch wirklich effizient in seiner Ordination umsetzt. Aber Sie müssen es wollen. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen in die Ordination kommen und die dann sagen, ja, bei mir wird das nichts. Ja, ich habe es eh gewusst, das ist nichts. Und die dann häufig wie eine Art Vorwurf dem Arzt entgegenbringen, so nach dem Motto, es ist eh alles verloren bei mir. Bei diesen Menschen kann man noch so gut arbeiten, da kann man noch so sauber und sich bemühen. Die Sanierung wird sehr, sehr schwierig, bis hin, dass es nicht klappt. Und man kämpft als Arzt, und dieses Video ist für Patienten, aber auch für junge Kollegen, man kämpft als Arzt nicht um das schöne Zahnderl, um das Implantat, dass man das gut setzt. Das habe ich nach 15 Jahren jetzt begriffen, dass es eigentlich um ganz was anderes geht. Das Schwierige ist, die alten Gewohnheiten, die den Menschen in die Situation gebracht haben, umzuändern. Das heißt, wenn ich jetzt bei den Zähnen bleibe, aus einem Zahnmuffel, der in der Früh aufsteht, ich will nicht, jemanden zu machen, der Leibanzähne putzt, ja, schön, gut, gutes Gefühl, und ich gehe wieder. Das zu schaffen, das ist das weiter Schwierigere. Aber es geht, und Sie werden es gleich sehen, und unsere Ordination ist voll von solchen Patienten. Ich habe ein Video gemacht, das nennt sich, nimmt denn das Bude noch neue Patienten? Weil mich das immer wieder Menschen fragen, nehmt sie noch Patienten? Und ich sage dann immer, na, ja, na, noch nicht, na, na. Weil, wenn ich einen Patienten durchsaniert habe, und der kommt dann nur noch hin und wieder zu Mundhygienekontrollen, na, dann muss ich ja neue Patienten aufnehmen, die ich wieder durchsanieren darf. Und wenn ich das nicht habe, dann muss ich den Laden zusperren. Und da sieht man aber, wie die meisten Ordinationen funktionieren. Die funktionieren so, dass man die Patienten sozusagen voll bezahnt hin zur Totalprothese begleitet, als junger Arzt, und dann halt, wenn man seine Ordination zumacht, und irgendwann hat man dann genügend Patienten gesammelt, da macht man einmal durch ein Krönchen, einmal durch eine kleine Wurzelbehandlung, dann setzt man durch ein Implantat. Das System wird immer beschissener, aber jeder ist glücklich. Und irgendwann hat man einen Patientenstock aufgebaut und sagt dann, na, wir nehmen jetzt keine neuen, oder wir können nicht mehr, wir haben schon so viele. Das wird es bei Dendam Boutet nie geben, denn wir werden von diesem Konzept nicht abweichen. Wir arbeiten tagtäglich daran, das Zahnleid zu beenden, aber schauen wir uns jetzt einmal die Röntgenbilder an. So, und das sind jetzt die beiden Röntgenbilder und es ist schön, dass ich diese Patientin heute gesehen habe, weil diese Patientin war vor 15 Jahren eben eine Patientin, die die Hoffnung aufgegeben hat, die gesagt hat, bei mir wird das nichts und auch so ein bisschen einen leicht depressiven Zugang zum Leben hatte. Und mittlerweile ist sie Mama, hat das Zahnleid beendet, hat die Probleme hinter sich gelassen. Wir lachten heute kurz darüber, als wir da zurückblickten. Und schauen Sie sich einmal die Ausgangssituation an. Was haben wir? Wir haben also hier oben das Röntgenbild, die Ausgangssituation, klassisch die Zahnkarriere. Das heißt, es gibt dieses Video, schlechte Zähne sind der Irrglaube, wo wir also erklären, wieso der Mensch immer seine Füllungen hier auf der Seite hat. Hier seine halbmondförmigen Füllungen und hier eben wiederum fehlende Zähne, fehlende Füllungen, Wurzelreste und so weiter. Man hat nie seine Füllungen hier vorne. Und das hat einen Grund. Wären die Zähne schlecht, dann wären sie aber alle schlecht. Und die Patientin wurde damals also über diese Zusammenhänge aufgeklärt und wir begannen dann also mit der Sanierung und Sie sehen, was wurde hier alles gemacht. Wir haben einmal die nicht erhaltungswürdigen Zähne entfernt. Das waren zum Beispiel hier die Weisheitszähne, die konnte sie nicht gut putzen. Hier diesen Bereich, den braucht man auch nicht zum Kauen, denn in dem Moment, wo der Speisebreier hier nach hinten geführt wird, wird schon der Schluckreflex ausgelöst. Das heißt, wir haben hier die ganzen Weisheitszähne entfernt. Sie finden ein Video, das nennt sich Um jeden Zahn kämpfen. Und eigentlich ist es historisch entstanden, weil der Zahnarzt um sein Geldbörsel kämpft, aber nicht um den Zahn. Es ist nur eine Floskel, die den Patienten ums Maul geschmiert wird, aber eigentlich bringen tut es gar nichts. Das heißt, wir haben alle nicht erhaltungswürdigen Zähne entfernt. Danach haben wir, Sie sehen, die Patientin hatte zum Beispiel hier tiefe Karies, hier tiefe Karies. Wir haben die Zähne Wurzel behandelt. Wir haben aber nicht nur die Zähne Wurzel behandelt, sondern wir haben sie auch mit sehr hochwertigen Füllungen versorgt. Das hier sind alles Keramikinleys, die nach 15 Jahren noch immer gute Dienste leisten. Die sind dicht, da muss man nichts machen. Hier der eine Zahn mit einem Stift versorgt und zweier mit einer Stiftkrone. Da haben wir noch einen Glasfaserstift verwendet. Verwenden wir heute nicht mehr. Es gibt ein eigenes Video dazu. Hier in dem Bereich die Wurzelreste entfernt. Wir haben implantiert. Sie sehen, die Implantate, die stehen wunderbar unterm Knochenniveau wie am ersten Tag. Da gibt es auch im Mund keine Entzündungen. Man muss aber dazu sagen, dass die Patientin, die verwendet also regelmäßig Munddusche, die pflegt gut, die hat sich das wirklich zu Herzen genommen. Man erkennt aber sehr schön anhand diesem Bild, und es ist jetzt seit 15 Jahren stabil, dass man das Zahnleid beenden kann. Die Patientin ist jetzt 40. Das heißt, sie hat noch 30, 40 Karjahre vor sich. Und dieses Gebiss kann locker 30, 40 Karjahre gute Dienste leisten, wenn es dementsprechend weiter so gepflegt wird. Ich könnte Ihnen viele, viele solche Fälle präsentieren. Und Sie finden auf unserem Kanal, sowohl auf dem alten Jaroslav Pelski, als auch auf dem neuen Tentapothekkanal, immer wieder solche Gegenüberstellungen mit Zahnsanierungen. Und viele davon sind schon über ein Jahrzehnt alt. Man kann das Zahnleid durchbrechen, wenn Sie das wollen. Manchmal ist es vielleicht mit ein bisschen Mühen verbunden. Es kann durchaus sein, dass Komplikationen auftreten. Es ist nicht so, dass man sagt, du, das wird immer alles, geht alles reibungsfrei. Nein, manchmal passieren Dinge, dass zum Beispiel ein Implantat nicht einwächst, dass man eine Krone verzementiert. Aber wenn man darüber spricht, wenn man den Patienten darüber aufklärt, wenn man die Sache einfach wiederholt und sie beim nächsten Mal besser macht und der Patient nicht verzweifelt und sagt, naja, schon wieder bei mir, sondern sagt, ja, okay, wo gehobelt wird, fallen Späne, dann kann man das Zahnleid beenden. Und ich wünsche Ihnen, es ist jetzt kurz vor Weihnachten, ich wünsche Ihnen erholsame Feiertage. Und sollten Sie sich das Herz fassen, wenn Sie an einem Zahnleid leiden und dieses Zahnleid beenden wollen, dann nehmen Sie Ihre Gesundheit selber in die Hand, weil niemand wird sich um Ihren Körper so kümmern wie Sie selber. Und wenn Sie das machen, dann werden Sie sehen, Sie werden das Zahnleid beenden, weil Sie werden den richtigen Behandler finden und gemeinsam kann man das, dieses Leid, dem Leid ein Ende setzen. In diesem Sinne, alles Liebe! Bis zum nächsten Mal!